Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo ihr mir seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy, ich bin hier in Dubai und ich habe normalerweise in Chile gelebt und davor in Kanada. Also ja, ich bin Kanadier und eigentlich, das habe ich noch nicht sehr viel erwähnt, ich wurde in Trinidad geboren und ich habe leider nicht den Akzent und ich wünschte, ich hätte diesen Akzent. Aber habe ich leider nicht. Aber trotz allem, oh Mann, wir haben eine tolle Sendung heute und ich freue mich wirklich darauf. Ich werde über was reden, über was Schockierendes, absolut Schockierendes und Wahnsinniges, eine wahnsinnige Revolution von der föderalen Reserve. Oder war das die föderale Reserve? Ja, von der föderalen Reserve, deren Sicht, ja, der Vorstand von der föderalen Reserve, deren Sicht, oh mein Gott, als ich das gelesen habe, dachte ich, naja, das ist nicht interessant, damit werden sie mich nicht schockieren. Aber sie haben. Und das wird dich schockieren. Das ist sehr überraschend. Und hoffentlich schaut ihr das Video ganz bis zum Ende, weil ich werde diesen Nachrichtenartikel bis ganz nach hinten ziehen, weil das ist einfach nur wow. Also ja, geht sicher, dass ihr dranbleibt für diese Nachrichten, weil wir werden auch über andere Sachen natürlich reden, über andere Action in dem Markt gerade. Wir werden über Eteum reden und Mr. Wonderful und seine Kommentare. Wir werden sehr viel Spaß haben. Also, wenn du ein Teil der Gruppe sein möchtest und diese Sendung live sehen willst und möchtest, dass ich deine Fragen beantworte, bitte, kommt rüber. Wir haben jetzt gerade einen Rabatt bei davincij15.com und du kannst der Gruppe beitreten live und du kannst meine ganzen Trades sehen. All die Altcoins, die ich kaufe, was ich trade und ich werde noch mehr hinzufügen. Ich werde noch eine ganze Sendung hinzufügen, die sich ganz besonders auf das Daytrading spezialisiert, in der Sendung, aber nur für die Abonnenten. Also geht sicher, dass ihr Abonnent seid. Okay. Wow. Also, denk dran, alles, was ich hier sage und worüber ich hier rede und du vielleicht interessiert bist, das zu kaufen. Denk dran, das ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr hart verdientes Geld in den Markt investiert. Okay, also lass uns anfangen. Oh Mann. Die Krypto-Bubbles. Lass uns die Krypto-Bubbles öffnen. Wow. Oh, wow. Und wenn wir uns das Ganze ansehen, sehr viele Coins gehen weiter nach oben. Es gibt sechs Coins, die dir jetzt schon eine Verdopplung gegeben haben, gepreist in Bitcoin. Also ich hoffe, dass ihr alle dabei seid und ich weiß, dass sehr viele von meinen Abonnenten dabei sind und sie bezahlt wurden von diesen ganzen Coins, indem sie die Little Old Lady Strategy benutzen. Und wenn du nicht bezahlt wurdest, indem du die Little Old Lady Strategy gemacht wirst, bezahlt in Bitcoin, nicht in Dollar, bezahlt in Bitcoin und schaut euch das an. Ist nicht der Bitcoin-Preis nach oben gegangen? Ist der Dollar nach oben gegangen? Wenn du die Little Old Lady Strategy gemacht hast, hättest du dann mehr oder weniger? In Dollar. Du hättest weniger, wenn du es in Dollar gemacht hättest, weil der Dollarpreis nach unten geht. Also, herzlichen Glückwunsch an all die Leute, die endlich das verstanden haben, warum sie die Little Old Lady Strategy gepreist in Bitcoin machen sollen. Nicht gepreist in Dollar. Oder in Ethereum. Das ist auch gut, weil Ethereum geht auch sehr weit nach oben. Okay, also, wenn du interessiert bist an die Little Old Lady Strategy, dann könnt ihr rübergehen zu www.davinci-codes.net-videos und dann gebt ihr mir eure E-Mail-Adresse und dann bekommt ihr freie Videos, wie man die Little Old Lady Strategy macht. Okay, aber bevor wir jetzt rübergehen, ich möchte dich daran erinnern, denk dran, Wenn du ein Abonnent bist, dann hast du Zugang zu diesen ganzen Trades und kannst diese Trades machen, die dir sehr viel Geld machen. Genug Geld, so dass du eigentlich das Abo bezahlen kannst. Also, hey, das ist es wirklich wert. Also, eigentlich bekommst du das Abo umsonst. Und natürlich auch, du bekommst sehr viel mehr Wert, wenn du in der Gruppe bist. Also, kommt einfach rüber. Wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt. Okay, ihr könnt sehen, dass hier, wir hatten schon ein Profit von 35% und die nächsten Profite werden bei 55% und 72% im Profit. Also, ich freue mich wirklich darauf, wenn du in diesem Trade bist. Herzlichen Glückwunsch an all die Trader da draußen in der Gruppe. Okay, lass uns weitermachen mit den Nachrichten. Die SEC belastet Poloniex für den Betrieb eines nicht registrierten Digital Asset Exchange. Und diese Nachrichten, ich möchte, dass ihr was versteht, diese Nachrichten wurden erschaffen, um dich zu beängstigen, um dich richtig zu schockieren, so dass du nicht irgendwas Neues entwickelst oder irgendwas Neues baust, was eine Gefahr für die SEC darstellen könnte. Das ist, was das ist. Versteht das bitte. Die Securities und Exchange Kommission gab heute bekannt, dass Poloniex LLC zugestimmt hat, mehr als 10 Millionen US-Dollar zur Begleichung der Gebühren für den Betrieb einer nicht registrierten Online-Börse für digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Handelsplattform zu zahlen, die den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren für digitale Vermögenswerte erleichtert. Okay, sie sind jetzt in Ordnung, sie haben höchstwahrscheinlich das mit der SEC ausgehandelt. Macht euch keine Gedanken, habt keine Angst, wenn ihr eine Exchange öffnen wollt. Ich habe jemanden kennengelernt, der das macht und er versteht nicht, wie schwierig das sein wird, aber vergesst das einfach. Macht euch keine Gedanken darüber, macht es einfach. Es ist egal. Wenn du dich nicht an irgendwelche Gesetze hältst, die Gesetze von dem Finanzsystem, so lange du ehrlich bist mit deinen Kunden und du das Richtige machst und du einen genauen Plan hast, wie du das alles aufstellst, sodass du sicher gehst, dass du kein Geld verlierst oder dass das Asset irgendwie geklaut wird durch irgendeinen Zufall, mach das. Und mach dir später um die Gesetze Gedanken, weil die Gesetze sind nur da, um dich rauszuhalten. Sie sind nicht da, um die Kunden zu beschützen. Um deine Kunden zu beschützen, sie sind da, um dich daraus zu halten. Aber ihr müsst was Wichtiges verstehen. Wenn ihr das macht, denkt dran. Du gehst gegen die Mafia und die Mafia, weil das ist effektiv, was sie sind. Die Mafia, sie kommt hinter dir her. Weil du klein bist, werden sie höchstwahrscheinlich dich ignorieren, bis du groß bist. Und du wirst eigentlich damit durchkommen, deine eigene Exchange zu gründen, um genug Geld zu machen, bevor sie dich holen kommen. Und wenn sie dich holen kommen, dann wirst du höchstwahrscheinlich das Ganze begleichen können mit einer kleinen Gebühr. Und das ist höchstwahrscheinlich, was es ist für PelloniX. 10 Millionen ist höchstwahrscheinlich gar nichts für die. Und ich kann mich dran erinnern, für Bittrex, als ich getradet habe bei Bittrex und ich bis zu 10 Millionen Dollar hochgetradet habe mit der Little Old Lady Strategy, dann habe ich die ganzen Gebühren kalkuliert und am Ende haben sie 1,2 Millionen US-Dollar an Gebühren von mir bekommen, nur von mir, mit der Little Old Lady Strategy. Denk mal darüber nach. Also ja, die Exchanges machen haufenweise Geld. Und ja, wenn du eine machen willst, denk einfach nur dran. Ich meine, noch eine Analogie wäre, wenn du irgendwas baust, was gegen das ganze Finanzsystem geht oder gegen die Finanzgesetze ist, ist eigentlich, du musst verstehen, dass du hinter einem wilden Mammut hinterher rennst und stelle vor, du bist ein Höhenmensch und du möchtest das ganze Dorf versorgen. Dann wäre das das Beste, du gehst hinter dem Mammut hinterher und erlegst den, aber halte den Gedanken, der Mammut könnte dich umbringen. Also, du nimmst ein Riesenrisiko, ein großes Risiko, dass du zerstört wirst oder permanent zerstört wirst, wenn du das machst. Also, das ist auch, was du bedenken musst. Also, sie könnten auch früher auf dich zukommen und du musst dieses Risiko eingehen. Und wenn du das verstehst, dann glaube ich, ist es wirklich wert, dieses Risiko einzugehen, weil es gibt sehr viele Vorteile am Ende des Regenbogens, wenn du das schaffst, dieses Biest zu bezwingen. Okay. TikTok, bevorstehender Bitcoin-Versorgungsschock. Ja. Leute, ja. Und lass mich eine Chart öffnen von einem Tweet auf Twitter. Und ich war mir eigentlich sicher, ich hatte das geöffnet, aber ich werde das trotzdem öffnen. Und ich habe gerade realisiert, oh Mann, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Jetzt haben wir es. Es gibt nur noch 10% von all dem Bitcoin. Etwas über 10%. Und das war's. Und dann gibt es keine Bitcoin mehr und 10% von der ganzen Menge wird in den nächsten 120 Jahren erst kommen. Das war's. Also die letzten 10%. Ja. Nicht sehr viel übrig. Also, auf was wartet ihr, wenn ihr keine Bitcoin habt? Auf was wartet ihr? Ihr müsst euch welche besorgen, weil dieser Versorgungsengpass ist heftig. Und ich werde das jetzt nicht lesen. Ich werde weitergehen zu dem nächsten, weil ich zu viel gelabert habe. Mr. Wonderful preist Ethereum als Ultrasound Money an nach dem EEP 1559 Update. Okay. Ich sage nicht, dass er irgendwas Falsches macht jetzt gerade. Er sagt etwas Positives. Aber gib es drei Monate. Aber ich wette mit dir. Ich wette mit dir für einen Dollar als eine Spaßwette, dass er irgendwas Negatives darüber sagt. Oh mein Gott. Er ist einfach nur schwachsinnig. Ethereums Top-Böner duellieren sich. Das ist interessant, weil OpenSea generiert jetzt mehr Gebühren für die Miner oder nicht für die Miner, um zu bönen als irgendein anderes eigentlich als jede andere dezentralisierte App oder Depp. Uniswap ist ist zweiter. Uniswap 2.0. Und ja, das ist ziemlich beeindruckend. Sehr beeindruckend. Okay. Und wenn wir weitermachen, der DJ15 Token, er geht weiter nach oben und wir gehen in die Aufwärtsrichtung gepreist in Dollar. Aber ja, wir werden sehen, dass er richtig abhebt, weil ich werde da sehr viel Arbeit reinstecken in der nächsten Zeit in diesen Token. Und ja, wir werden das richtig groß machen und wir werden richtig Marketing machen, also wir werden das richtig bewegen in der nächsten Zeit. Also haltet die Augen auf und geht sicher, dass ihr DJ15 Token habt, bevor das eintrifft. Und jetzt lasst uns weitermachen mit den Nachrichten, die mich wirklich schockiert haben. Die Ansichten des Gouverneurs der US-Notenbank zu den CBDC-Plänen der USA könnten viele überraschen. Und dann bin ich runtergegangen und hab das gelesen. Mir scheint es, dass Innovation des Privatsektors den von Banken erhobenen Aufschlag reduzieren könne. Viel besser, als ein CBDC es könne. Sagte Walter. Wenn Geschäftsbanken mit ihrer Marktmacht Mieten verdienen könnten, dann besteht für die Nicht-Banken eine Gewinnchance, in das Zahlungsgeschäft einzusteigen und der Allgemeinheit günstigere Zahlungsdienste anzubieten. Und du denkst dir, was, Da Vinci? What does that mean, D? Was das bedeutet ist, USD Tether, du hast das Segen von der Federalen Reserve. USDC, du hast das Segen. DAI, du hast das Segen. Das ist der Privatsektor von Zahlungssystemen, worüber die reden. Und du denkst dir, Your job's like on the ground. Die haben gerade all diesen Tokens, all diese ganzen Tokens, so wie Tether. Ich komme jetzt nicht auf den Punkt, weil ich so aufgeregt bin. Also jeder, der einen Coin baut, der stabil ist, ein Stablecoin. Wenn du einen Stablecoin baust, das ist in Ordnung. Das ist, was sie sagen jetzt. Amazing. Wow. That's shocking. Ja. Weil das macht einfach Sinn. Ehrlich gesagt. Alles, was sie versuchen zu machen, ist, sie müssen, sie müssen ein Komitee haben, die das alles durchplanen. Es gibt allmögliche Leute, die sagen, ich möchte das haben, ich möchte dies hier drin haben, ich möchte das haben. Und die werden nie irgendwas schaffen, weil sie ständig irgendetwas verändern müssen und es irgendwas gibt, was irgendjemand verändern möchte, um sicherzustellen, wie zum Beispiel die Regierung möchte Überwachung, wo das Geld hingeht. Und die federale Reserve, sie möchten, dass sie das Geld einfrieren können oder das Geld von den Leuten nehmen können. Und der möchte das machen. und nein, das funktioniert nicht und nichts wird dann fertig. Also, sie sehen das und sie sagen, okay, der Privatsektor wird das besser machen. Und da habt ihr es. Sehr interessant. Ihr müsst zugeben, du bist ziemlich schockiert, oder? Ich bin mir sicher, du bist schockiert. Genauso wie ich es bin. Und ja, das ist das. Und das wird das Ende vom US-Dollar sein. Viel, viel, viel schneller. Und ganz besonders, wenn die Leute anfangen, in den US-DT rüber zu gehen, das wird es schwierig machen für die, um irgendein System einzufrieren, wenn es irgendeine Katastrophe gibt. Wie zum Beispiel, was ich sagen möchte ist, lass uns sagen, der Markt kollabiert sehr, sehr schnell. Und generell frieren sie das ganze System ein. Hold up, wait a minute. Wait a minute. Und lass uns nicht zu hastig werden hier. Und dann, und dann machen sie das unmöglich, dass du an dein Geld kommst. Und du kannst es nicht machen mit US-DT, und du kannst es nicht mit DAI machen. Das geht nicht. Das geht nicht mit US-DT, oder US-DB, oder diese ganzen anderen Coins. Versteht ihr das? Also, das wäre, lass uns sagen, du wirst die Möglichkeit haben, entweder das runterzunehmen, oder zu verkaufen. Entweder so oder so. Also zum Beispiel, lass uns davon ausgehen, dass sie die ganzen Bankkonten einfrieren, und dass sie jeden aus dem Bankensystem schmeißen, und das kommt auf uns zu. Und dann siehst du plötzlich, diese ganzen Leute mit US-Dollar-Tether, dass sie weiter Transaktionen machen. Und die Leute werden sich denken, die eingefroren wurden, mir gefällt das. Und deswegen, ja, das würde den Übergang machen, über in diese US-Dollar-Tether-Coins, oder diese Stable-Coins, diese stabilen Coins, sehr, sehr schnell. Und ganz besonders mit diesen negativen Zinssatz, mit den Bonds, wenn das so weitergeht, und ich glaube nicht, wir sind am Ende des Finanzsystems, und das kommt zum Ende. Und wir werden höchstwahrscheinlich das Ende sehen, Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr, ganz sicher. Es gibt keinen Weg, dass das so weitergeht. Dieser Schwachsinn, definitiv. Also ich freue mich darauf, das zu sehen. Teilweise. Aber ich habe Bitcoin, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Also geht sicher, dass ihr Bitcoin habt, weil Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein. Ciao.